Hi, ich bin Jannika und ich mache hier bei IHV meine Ausbildung zur Kaufkauf für Büromanagement. Ich bin gerade im zweiten Lehrjahr und heute möchte ich dir zeigen, was unser Beruf umfasst. Auf geht's! Komm, wir gehen rein und melden dich an. Hallo, ich bin Jana, ich habe letztes Jahr meine Ausbildung hier begonnen und ich sitze momentan am Empfang. Zu meinen Hauptaufgaben zählen der Empfang von Besuchern, die Postbearbeitung und die Verwaltung von Fuhrparkfahrzeugen. Und hier ist dein Besucherausweis. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der IHV. Hallo, Jannika. Wir sind hier mit unserem Besucher und er würde gerne deinen Job kennenlernen. Ja, schön. Ich bin hier in der Abteilung für die Angebote zuständig. Ich erstelle sie, weil sie ein wichtiger Teil für die IHV sind, da wir ja ein Dienstleistungsunternehmen sind. Unter anderem schreibe ich auch Bestellung und zurzeit schreibe ich gerade eine Bestellung für den Teilebau. Wo Jannika übrigens auch gerade eingesetzt ist. Genau, ich bin hier gerade mit Teilebau beschäftigt. Hier werden alle Arbeiten gemacht, die etwas mit Metall zu tun haben. Außerdem wird hier die Messtechnik für die Prüfstände vorbereitet. Diese Abteilung gehört nicht zu meinen Hauptaufgaben, aber für uns ist es trotzdem sehr wichtig, einmal einen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Herzlich willkommen an der BWS1 in Gifron. Ich bin Frau Straub und das ist mein Kollege Herr Bigott. Wir haben fünf Lernfelder im ersten Lehrjahr, die wir hier unterrichten. Ziel ist es nach anderthalb Jahren eine computergestützte Abschlussprüfung Teil 1. Im zweiten und dritten Lehrjahr haben sie dann bei uns an der Schulung jeweils noch einen Tag Schule. Dort werden weitere Lernfelder unterrichtet, acht an der Zahl. Diese enden dann im zweiten Teil der Abschlussprüfung, welche Art absolviert werden kann. Hi Lannika, was machst du denn? Hi Pia, ich habe heute unseren Besucher mitgebracht und wir wollten einfach mal schauen, womit du dich hier so beschäftigst. Ja, schön. Ich bin gerade dabei, eine Besprechung vorzubereiten. Gerade habe ich jetzt schon meinen Tisch eingedeckt. Bei Besprechung ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Mitarbeiter und Kunden eine angenehme Angefähre vorfinden und dass die Besprechung der Reibungslust ablaufen können. Wir sind hier bei Jenny, einer Azubina aus dem zweiten Lehrjahr. Erzähl uns doch mal, was du hier so machst, Jenny. Ja, hi, ich bin Jenny und zu meinen täglichen Aufgaben zählen wir auch die Postverteilung oder auch Reibungsbüche. Und hier gehen auch täglich Anrufe ein, in Deutsch sowie auch in Englisch, weil wir auch international vertreten sind. Nach dem Darmel nach Stuttgart wuchst du mir bitte eine Reise ab Hannover und mit Wagen in Stuttgart, den Restkreis der Vermächtigung, ja? Alles klar, Mann. Danke, Mann. Wir hoffen, dir hat es bei ihr vorgefallen. Wir haben jetzt Feierabend. Wir hoffen, dir hat es bei ihr vorgefallen. Wir hoffen, dir hat es bei ihr vorgefallen.